Heute ist es nicht mehr cool schwul zu sein, heute ist es cool und vogue trans zu sein und insbesondere ein trans-kid zu sein, ein transsexuelles Kind. Das Regenbogenportal des Familienministeriums gibt dazu ausführliche Anweisungen. Ich zitiere, fühlst du dich als Mädchen wohler oder fühlst du dich als Junge wohler? Wie du in zehn Jahren leben wirst, ist egal. Du kannst Pubertätsblocker nehmen. Vielleicht sagst du auch, nein, ich bin mir ganz sicher, dieser Körper passt wirklich nicht zu meinem Gefühl. Dann kannst du Hormone bekommen. Manches geht aber nur mit einer Operation, zum Beispiel die Geschlechtsteile verändern. Pubertätsblocker, Hormone, Geschlechtsteile umoperieren. Diese Regierung will unsere Kinder chemisch kastrieren und körperlich und seelisch verstümmen. Diese Regierung ist eine Gefahr für Familien, sie ist eine Gefahr für Kinder. Sie muss weg.